Willkommen zurück auf der Monster Trucks Insel. Die Monster Trucks haben sich im Dunkeln verfahren und müssen extra Runden drehen. Äh, Leute, ich glaube wir haben ein Problem. Also ich sehe Möglichkeiten. Da geht's aber weit runter. Was glaubst du, wo der Boden ist? Das ist egal, denn wir springen drüber. Herausforderung angenommen. Auf zum Cup der Titanen. Los geht's! Bigfoot! Bad Catitude! Hier ist die erste Partie. Go Big, go Hot Wheels! Oh oh! Bigfoot verläuft sich völlig. Und für Bad Catitude ist das tiefe Loch nicht mehr als ein Katzensprung. Ich zeig die Krallen! Das sind die Krallen. Ja, das ist ein Katz! Ich bin die Krallen. Na, das ist die Krallen. Ich bin die Krallen. Ich komme auch nicht in die Krallen. Ich bin die Krallen. Unfassbarer Sprung! Twidble hat zu viel PS und fliegt von der Strecke! Und Five Alarm nimmt die sichere Route zum Ziel! Heißer Auftritt! Und Shaker! El Superfasto! Go Big, Go Hot Wheels! Was ein Endspurt! El Superfasto ist superschnell und schnappt sich den Sieg, während Bone Shaker früh ausscheidet. Ist euch breche die Schallmauer! Mega Mix! Hot Wheels Racing number 3! Mega Racks fliegt mit einem Mega-Satz in die nächste Runde, während Hot Wheels Racing number 3 einen stilvollen Sturz vor dem Ziel hinlegt. Rentiert. Abgebacht! Garaglone! Tiger Shark Go Big, Go Hot Wheels Was war das? Wiederholung bitte Gada Growler kommt kurz vorm Ziel zum Stehen Und Tiger Shark überholt ihn im letzten Moment noch Hi Alarm Operation Stop Loco Punk Go Big, Go Hot Wheels Operation Stop fällt in das bodenlose Loch Wo ist Stop nur hin? Loco Punk stürmt mit Volldampf in die nächste Runde Runter von meinen Gleisen Hot Wheels Racing number one Radical Racer Go Big, Go Hot Wheels Was für eine Aufregung Radical Racer gewinnt das Duell der Geschwindigkeitskönige Und Hot Wheels Racing number one fällt ins Ungewisse Wer ist hier wohl der Schnellere? Wer ist hier wohl der Schnellere? Radical Racer Go Big, Go Hot Wheels Go Big, Go Hot Wheels Schau, wie ein schöner Sieg. Bad Catitude! Fight the Lord! Diesmal musst du selbst gerettet werden! Also, ich mag Hunde lieber. Go Big, Go Hot Wheels! Oh nein! Five Alarm hatte den Sieg in der Tasche! Doch er verfehlt die Ziellinie. In der Zwischenzeit kommt Bad Catitude zurück und schleicht sich ins Halbfinale. Ich zeig die Krallen! El Superfasto! Mega works! Es gab in der Urzeit schon schnellere Trucks. Ich mach dich platt mit Super Speed! Go Big, Go Hot Wheels! Seht euch diesen Sprung an! El Superfasto stürzt in die Vergessenheit und Mega Rex fliegt förmlich ins Halbfinale. Oh ja! Was war los? Nicht schnell genug? Tiger Shark! Local Punk! Der Zug hält nicht! Nenn mich verrückt! Aber der Sieg gehört mir! Los! Go Big! Go Hot Wheels! Ick hab keine Angst vor Geistern. Das solltest du aber. Ich gewinne dieses Rennen. Go Big, go Hot Wheels! Okay, okay. Radical Racer rast in die nächste Runde. Und One Bad Ghoul fühlt sich sicher heimisch unter der Erde. Wer ist hier wohl der Schnellere? Bad Catitude! Mega-Rex! Kennst du den, wo die Katze den Dinosaurier besiegt? Ähm, nein? Ich auch nicht. Hahaha! Go Big, go Hot Wheels! Hier die Wiederholung. Bad Catitude hält seine sieben Leben zusammen, aber scheidet aus. Mega-Rex ist der erste Finalist. Das war ja einfach. Loco Punk! RATICAL RACER! Abstand von der Bahnsteigkante. Ein Zug fährt durch. Du wirst dich eh nur von hinten sehen. Go Big, go Hot Wheels! Wow! RATICAL RACER verirrt sich im Nebel und scheidet krachend aus. Loco Punk schafft es gerade so über die Grube und rattert ins Finale. Runter von meinen Gleisen? Er hat es geschafft nicht auszusterben und will stampfend in die Geschichte eingehen. Das wilde Monster! Mega-Rex! Er ist die Dampfwalze, die alles platt macht, aber immer pünktlich kommt. Loco Punk! Endlich ist es soweit. Unsere Finalisten wollen ihren Namen im Pokal einkaviert sehen. Go Big, go Hot Wheels! Und Loco Punk gewinnt! Mega-Rex und Loco Punk springen gleichzeitig ab, aber Mega-Rex fehlen wenige Zentimeter, sodass Loco Punk freie Wahn zum Cup der Titanen hat. Loco Punk wieder mal mit Volldampf zum Sieg. Wie hast du das gemacht? Ich hab mich einfach an den Fahrplan gehalten und meine Gegner entgleisen lassen. Halt! Was ist jetzt los? Vier Monster Trucks auf einmal? Hoho! Wow! Was für Sprünge! Habt ihr das gesehen? Heißer Auftritt! Wissen die, was sie da unten erwartet? Was für eine Spritztour! Wissen die, was sie da unten erwartet? So, das war's für heute! Bis zum nächsten Mal beim Wettkampf der Titanen! 13 0000! 14 00! 14 00! Untertitelung des ZDF, 2020